Hallöchen, ähm, ich hebe jetzt einmal kurz ein sehr, sehr wichtiges Video dazwischen. Ähm, und zwar geht es um, ähm, ich weiß nicht genau, wie ich das richtig sagen soll. Und zwar, ich weiß nicht, wer das schon von euch gehört hat oder mitbekommen hat, und ich glaube, viele haben das bei Facebook lesen, ähm, also eine Freundin von mir wird vermisst, Jennifer Wilken heißt sie, und, ähm, ein Beitrag kam auch wohl gestern bei RTL, den habe ich nicht gesehen, also habe ich nachher im Internet angeguckt, ähm, ja, es geht um ein junges Mädchen, 17 Jahre alt, und es ist eine Freundin von mir, die seit, ähm, seit Weihnachten vermisst wird. Und ich möchte dieses Video einfach machen, um zu helfen, also eigentlich, ich hoffe, dass ich damit helfen kann und nicht irgendwie noch mehr Ärger mache oder so. Ähm, ja, ich habe genau das Video schon mal abgedreht, aber ehrlich gesagt, ich bin total in Tränen ausgebrochen und ich kriege kein einziges Wort zustande und jetzt möchte ich einfach mal stark sein. Also, die Sache lässt mich echt nicht kalt. Ähm, ja, meine Freundin, ähm, wird halt seit Weihnachten vermisst, und das sind jetzt schon über fünf Monate, über fünf, fast sechs, sechs, fünf, sechs, sieben Monate. Ähm, ja, man weiß halt nicht, wo sie ist und es kann, ich habe im Moment gar keine genauen aktuellen Informationen. Also, ich poste euch mal, es gibt eine Facebook-Gruppe und den Bericht von RTL poste ich euch auch mal unten rein, ein Foto. Und, ja, sie kann halt überall sein. Und das ist einfach total krank, krass. Fertig. Also, ich weiß nicht, ich hoffe, dass ich, weil ich erreiche ja schon einige Menschen mit meinen Videos und ich hoffe, dass ich vielleicht helfen kann damit. Also, vielleicht hat irgendwer meine Freundin gesehen und weiß ich nicht, weiß einfach irgendwas, irgendwas, weiß ich nicht. Vielleicht habt ihr die mal letzte Woche irgendwo in der Stadt getroffen oder so und selbst das wird der Polizei wirklich schon helfen. Also, wenn ihr irgendwas wisst über Jennifer Wilken, 17 Jahre alt, kommt aus Dorsten, ähm, ja, dann meldet euch bitte bei der Polizei jetzt sofort. Weil ich habe immer gedacht so, das hat eh nie was so mit mir zu tun oder, ähm, wenn man sowas im Fernsehen guckt, dann denkt man, ja, ach komm, ist eh die tausendste oder so. Also, ganz ehrlich, also, das denkt man doch in der Regel. Aber wenn es dann einen selber betrifft, dann ist das total komisch irgendwie. Ja. Ich hoffe, dass das Video nicht falsch ankommt und dass es nicht Probleme macht oder sowas. Ich möchte halt einfach nur helfen. Ich hoffe, dass die Nachricht bei euch allen da draußen ankommt und irgendwer, wenn, selbst wenn das nur ein Mensch ist, vielleicht helfen kann, dann meldet euch bitte bei der Polizei. Habt keine Angst oder so. Also, ja. Okay. Also, es geht wie gewohnt weiter hier bei mir. Aber das war mir auf jeden Fall wichtig zu sagen. Ganz wichtig, weil... Ja. Ich möchte helfen. Ich hoffe, das klappt. Drückt mir die Daumen für alles. Und ja. Wenn ihr noch was wissen wollt, schaut unten in die Infobox. Und dann komm. Bis dann. Tschüss. Tschüss.